hallo und herzlich willkommen zum beiden video aus kioto ihr seht ihr wieder japan wir zoomen rein und gehen nach kioto was ich ein bisschen wirklich schade finde ist dass kioto gar nicht dargestellt ist wusste die stadt überhaupt da also und ist ja noch ein bisschen detaillierter als hier wir gehen jetzt zu 1 oder 2 orten also ich möchte zum bambuswald ich möchte das sind arashiyama ich möchte zum affenberg und es gibt auch noch den goldenen tempel ich habe meine zweifel dass wir das irgendwie finden aber ich werde googeln ich mache mich auf die suche und selbst wenn die details da nicht da sind ich zeige dann bilder dazu weil das war einer der schönsten tage los gibt es nach dem intro viel spaß mit dem video wir befinden uns wieder in der luft über den wäldern von arashiyama von kioto ich hätte gesagt wir starten einfach mal so der ausblick hier über kioto man muss halt sagen ihr seid hier wirklich oben auf dem berg wenn ihr auf den affenberg auf dem affenberg geht das ist eine weite wanderung nach oben aber lohnt sich auf jeden fall drei laufende affen mit ihren babys und auch da drüben seien nehmen ist auf der seite sein da könnte sein ja das schaut gut aus laufen da frei rum dann habt ihr euch dahin das ist genau er das ist hundertprozentig diese kleine sandfläche da habt ihr bänke und dann habt ihr den ausblick über kioto richtig richtig schön wir fliegen da mal ein bisschen runter also ein schöner tagesausflug auch hier wieder gutes wetter das war so gut geplant bei uns wir wollen uns den goldenen tempel anschauen den bambus bald und sind einfach ein bisschen spazier gegangen und hier seht ihr sogar das appenhaus das gebäude da unten da leben dann die affen drinnen und hier unten habt ihr arashiyama hier ist irgendwo der eingang dann und dann müsst ihr diesen ganzen weg hier hoch laufen das ist anstrengend und es kommt hier gar nicht rüber aber auch dieser brücke mit ausblick nach da einfach wunder wunderschön weil da diese grüne band als hintergrund das wasser ist ein bisschen gelblich auch hier habe ich ein foto gemacht ich was uns einzublenden genau an der stelle jetzt weil das seht ihr genau diesen engen fluss und hier einmal die große brücke wir kamen dann hier entlang und hier ist eigentlich im bambuswald da fliegen wir jetzt mal hin und schauen ob wir auch im bambus sehen oder ob hier nur normaler wald abgebildet ist schaut er nach normalen wald aus weil hier kommt man eigentlich schön durch die natur und wir sind da hinten in den bambuswald rein wusste gar nicht was uns erwartet und dann kamen wieder raus und es war so so schön es schaut hier nicht nach bambus aus also das haben sie anscheinend nicht dargestellt ich blende ihn trotzdem mit ein aber schaut nicht danach aus das sind zwar ein paar tempel aber kein bambus wie kommt man dahin ihr wohnt ja oder kommt ja aus kioto wir haben so gemacht wir sind mit dem bus erst dahinter wo wir jetzt noch hinfliegen also wenn noch ein stück vor uns zum goldenen tempel kakushi glaube ich weiß der und dann kann man mit dem bus weiterfahren zum bambuswald eben während ein paar minuten ist nicht teuer ist nur mit bus erreichbar aber dafür sieht man wirklich wirklich schöne natur schade dass man es hier nicht so gut sieht aber wenn ich jetzt euch dann die bilder von da zeige da kann man schon ahnen und also der berg mit den mit den bäumen sieht wirklich genauso aus der affenbär kostet natürlich wieder mal eintritt aber nicht wirklich viel pro euro füttern darf man sie glaube ich nicht anfassen auch nicht man darf den affen nicht in die augen sehen weil die sonst aggressiv werden die babys spielen rum aber halt abstand ein paar tierpfleger sind auch oben aber ja anstrengender weg nach oben aber hat sich auf jeden fall gelohnt und schon alleine für den ausblick von hier sieht man die plattform nicht mehr man geht da über die brücke und kommt dann da oben irgendwo raus und eigentlich man steigt hier irgendwo aus und dann geht man hier in den bambuswald rein und kommt dann läuft so einen kleinen bogen kann auch hier schon sein und dann kommt man da raus und wir wussten nicht was uns erwartet und auf einmal dieser plus mit dieser natur richtig schön und dann sind wir da zurückgelaufen und haben uns noch ein eis gegönnt wie immer wir fliegen jetzt gerade zum goldenen tempel auch da kann hier schon ein bisschen was erzählen sehr überlaufen auch hier wieder aufpassen an welchem tag ihr da am besten hingeht ja es gibt gar nicht so viel zu sehen es ist einfach nur ein goldener tempel umgeben von einem fluss ne nicht fluss von einem kleinen see da kann man rumlaufen ich würde schätzen 10-15 minuten dauert dann gibt es einen kleinen stand am ende da kann man sich so glückbringer kaufen so kleine beutel säcke und da habe ich ein paar mitgenommen für eltern und oma und für mich selber hängt immer im flur draußen da ist es eine touristen attraktion der tempel ist halt gold das wasser ist nicht wirklich sauber der see der da außen rum ist aber kann man schon machen also wenn man es dann mit arashiyama verbindet macht man nichts falsch hier wieder der blick über Kyoto also Kyoto ist auch riesen riesen groß wie im letzten video schon gesagt nicht mein favorite also an tokyo kommt es bei weiben nicht ran man kann schon ein paar sachen machen ich habe bestimmt noch bei weiben nicht alles gemacht was man da machen kann äh dafür waren wir an den tagen zu faul und auch viel zu wenige tage da ein arbeitskollege hat mir viele tipps gegeben aber die wenigsten haben wir umgesetzt kurskreisel d was voller von mir keine ahnung so jetzt hoffen wir mal dass ich überhaupt den goldenen tempel auch sehen so mal zum nächsten video solange wir hier durch die gegend fliegen da bin ich gespannt das werden zwei dinge einmal der nara park auch von kyoto erreichbar südlich von kyoto und der fushimi inari schrein wenn ich es richtig ausgesprochen habe das ist ein schrein mit unendlich vielen roten torbögen kann man auch wunderbar miteinander verbinden ist auch ein schöner tagesausflug nara park ist für seine rehe bekannt also alle tierfreunde sollten das nächste mal einschalten und ja hier kommt man eben raus ich glaube das sind wir schon hier sieht man den see und das ist der goldene tempel er wird wahrscheinlich nicht wirklich schön dargestellt sein aber er ist zumindest vorhanden ich zeige auch ein paar bilder mal schauen ob was goldenes erkennbar ist ich war da gestanden habe da meine fotos geschossen so die an sich ist die aufstellung schon komplett richtig dann geht man hier so treppen runter ist auch wieder sehr idyllisch aber ja man sieht das ist sehr klein man läuft hier einmal so einen halbkreis außenrum und wieder runter da geht es zur straße da fährt dann der bus hin und lässt einen da raus ja kann man machen schadet nicht ist schön aber wenn man bessere optionen hat sollte man vielleicht auch andere dinge machen weil so lohnenswert war es dann auch wieder nicht genau soviel für dieses video nächstes mal dann nara und kushi inari inira schreien sich und die namen danke fürs reinschauen bis zum nächsten mal auf wiedersehen bis zum nächsten mal